Lassen Sie anfragen, wo die Schiffe jetzt sind. Wenn jemand was weiß, sofort SSD-Nachricht nach hier. Und Lüx soll herkommen. Schon hier, Herr Kommissar. Ich hab gedacht, dass es losgeht. Ich habe... Sie haben doch nicht schon Bildermappen fertig? Zehn Stücke, Herr Kommissar. Lüx, Sie dürfen Ihre Beine auf den Schreibtisch legen. Also, die Mappen für Interpol sind fertig. Texte... Können jederzeit übersetzt werden, wenn wir wissen, in welche Sprache... Das hat noch ein paar Stunden Zeit. Vorher müssen wir noch herausfinden, wann Fechner aus der Haft entlassen wurde. Denn er hat uns einen Haufen Lügen aufgetischt. Aber trotzdem, naja, das werden wir sehen. Schneiderlein, da Sie gerade beim Telegrafieren sind, auch über Interpol den Haag anfunken. Die dortigen Kollegen sollen ermitteln, wo die Schiffe sind. Und lassen Sie sich Namen und Anschriften der Besatzungsmitglieder geben, die nach dem 29. Januar abgemustert haben. Klar? Alles klar. Von den Kanadiern können wir übrigens nichts erfahren. Die haben ihre Akten nicht hier. Wir brauchen also nicht alle zehn Mappen. Die MS Jan ist zurzeit in Amsterdam, ladet Salz für Bohus bei Göteborg. Das macht Holland und Schweden. MS Primas nach Malmö und Helsingborg. MS Servus bleibt bis zum 27. oder 28. März in der Wies und fährt nach Bilbao. Und von Bilbao weiter nach Liverpool, England. Machen Sie alles fertig, Lücho. Ich gehe essen.